Da haben wir den ja durchs Sonnensystem geputzelt. Also bei Netter 1 haben wir am Freitag durchgespielt. Und gestern habe ich aber den ganzen Tag Dead Island 2 gespielt. Jetzt sind wir auch fertig geworden. Also wir haben das nochmal, ich habe das jetzt nochmal neu gespielt. Ich habe das jetzt auch noch aufgenommen. Das bedeutet, es ist, ich glaube, warte mal, lass mal ganz kurz gucken. Es müssten neun Parts sein, so je 1 Stunde und 20 Minuten. Spiele Videos, wir sind hier noch im Aufnehmen für Bayonetta 2. Ja, wir können das ja alles mal auf Dingsbums stecken. Können wir ja hochladen, wenn man es mal sehen will. Aber ja, ich hatte das mal gestreamt vor Jahren auf dem PC. Ich habe es mir nochmal, ich habe es mir nochmal für die... Also das und das gab es als Wandel, also von daher, ja. Hallo Puppi! Vollstrecker! Gino hat als Kind mit komischen Puppen gespielt. Vielen Dank! Das ist besser als gedacht. Das glaubt mir von den Jungs theoretisch eigentlich keiner, wenn ich niemanden, wenn ich sage. Dass die werte Damen hier sich mal in Streams angucken, die Bayonetta-Spiele feiern. Aber ich kann's verstehen, warum. Wenn ich so dem Jandas erzählen würde, das würde er nicht feiern. Oder beziehungsweise würde er gar nicht checken. Weil es ist ja so... Oh nein, das sieht mir ja ein bisschen Sexappeal. Und dementsprechend müssen das Frauen ja blöd finden. Oh fuck. Zack, zack. Zack, zack. Was zum Geier? Das kriegen wir schon hin, aber ich hätte nicht gedacht, dass ich da als Panther laufen muss. Die Niffelheim-Quest machen wir nicht. Die Verwandlung passt einfach nicht. Oh, komm schon. Ja, wir wissen's. Oh, komm schon. Und wirklich, ich bin einen Millimeter daneben gesprungen. Man kann's auch übertreiben. Ist auch nervig. Wegen solchen Kleinigkeiten. Das sind so richtige korrekten Kacker. Ja, wir sind wohl schon. Oh. Das war's für heute. So, dann nennen wir mal alles mit hier, was wir kriegen können, ne? Lolli! Mega Rosen-Lutcher! Ob es die Rosen-Lollis wirklich gibt? Okay, ich kann jetzt drei Magie-Leisten voll machen. Oh, sieht schon cool aus, ne? Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich bin mal gespannt, wie lange wir heute aufbleiben. Das war's für heute. Das war's für heute. Aber da unten lag da noch was. Nee, komm, ist egal. Ob es hier noch eine Tool gibt? Nee, aber da gibt's irgendwas anderes Besonderes. Ein Stück von einer LP, haben wir die jetzt zusammengesetzt, ne? Gibt's hier noch was? Die habe ich fangen können. Die habe ich fangen können. Das ist schon mal gut. Hier gibt's noch ein Tor zur Hölle. Ich will hier noch kurz Pipi machen. DATE ISLAND 2. Das hat mir mehr Spaß gemacht, das hat mir mehr Spaß gemacht, als es sollte. DATE ISLAND 2. 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 DATE ISLAND 3. So. Ich habe gar nicht so viel ausgegeben. Ü见 DATE ISLAND 3. Besser so als Geld für nix ausgegeben. Das stimmt. Würde es jetzt nicht nochmal spielen. Dementsprechend im Angebot oder im Sale wäre es mir lieber gewesen. Aber ja. Auch vom Bayonetta bereue ich nicht. Ich habe jetzt glaube ich 60 oder 70 Euro bezahlt. Für beide Versionen. Auch wenn das Peach Outfit ein bisschen... Peach und Daisy im Leotard zu sehen. Das musste jetzt nicht sein. Peach und Daisy Kostüme mit Minirock und mit Danga die ganze Zeit vor der Nase zu haben. Das will man nicht live sehen. Ich will zwar nichts sagen, aber es sieht hier aus, als wenn es hier gleich rund gehen würde. Und zwar richtig. Der schon wieder. Hallo Bohlen. So close. Is that all we've got? Or next? So close. Fire! Get up! See ya! See ya! Omen! Smash! Is that all we've got? Ja, wir werden nicht gleich den Spunnen Au. Sag mal, bin ich blöd oder was? Ich habe sie wieder. Ich habe sie in den Karten. Ich habe sie nicht. Wurzeln. Ich bin ganz nah. Ich habe sie nicht. knapp. Das war wirklich knapp. Hoffe ich kann sie jetzt, können sie jetzt besser... Ja, sie können besser spielen. Sie können besser Volleyball spielen. Ich will zwar nicht sagen, aber dafür, dass der Junge schon teilweise errötet ist, wenn er vor den Brüsten von Bayonetta stand am Anfang, müsste der bei diesen Finchern echt... Dann müsste dem auch echt was in der Hose geklappt sein. Oder er ist ein Eunu. Komm Kurzer, ich bring dich zum Filmen hin, sobald die Sache zu Ende gebracht ist. Genau, ist reiner Planschnecke. Alleine kommst du nicht klar. Daher lass uns gemeinsam zur Hölle fahren. Rette deine Freundin, ich bin weg. Ich habe Nein gesagt. Das magische Wort. Die Maske ist scheiße, oder? Zweitens komm und ich mich quere. Die Maske ist scheiße, Lohki. Die Maske ist scheiße, Lohki. Oh, wait. I'm the one you've been trying to kill this whole time? Umbra, witch. I am who you shall face. You will return what is rightfully mine, what I should never have lost. The eye? The eye? Child or not, you will see no mercy, sovereign one. The sins you have forgotten are timeless. Now, remember them as you stare upon my face. Sorry, mate. Nothing comes to mind. But now that I know that math of yours works, maybe you could jog my memory a bit. Oh, come schon. Oh, feet. Oh, feet. Got you. Is that all you've got? Oh, my God. Got you. Get out! Get out! Get out! Oh, ich habe so einen guten Start hingelegt. Ui, ganz schön fix auf die Beine, die Kleinen. Benutzen wir mal. Benutzen wir mal. Ja, mit dem Bogen bin ich hier besser dran. Ja, den schiefen Boom von Pisa kann man mal nach mir werfen. Passt schon. Ja, meine Damen, Butterfly ist immer noch bei uns. Ow. Oh, wow. Oh, okay. So close. Das können wir ja... Ow! Oh, oh, oh! Du bist zwar nicht das Lieb... Ja, ganz genau. Da geht ihm, Schwester! Wer nicht hören will, muss fühlen. Spüre die Macht jenseits der Zeit. Was ist das Sinn? Du sagst, das war die Rebellion zu stoppen! Die dreifaltige Glücklichkeit gehört alleinig Jubiläus dem Schöpfer. Damit die Welt wiedergeboren wird, dürfen die Augen der Welt, die Augen des Altsehenden, die Augen Gottes, nicht in Menschenhand verweilen. Das ist unser Vater? Bitte, bleib still! Ich werde dich retten! Das glaube ich auch. Ich werde dich shitsen. Ich werde dich nicht mehr anziehen! Ich werde dich nicht mehr anziehen, dass sie die Augen des Neuklassen sind. Und das benee ist die Augen des Neuk容. Die Augen werden wir jetzt in der Augen des Neuklage nicht bewegen. Ich werde mich dazu längst. Die Augen werden... Rosa... Rosa! Bleib mit mir jetzt. Es hat 20 Jahre seit ich letztend gesehen habe. Aber ich habe es sicher in diese Zeit gehalten. Die Präzeste, die mir mir gab. Symbol der Liebe. Du wirst dein Gesicht sein, das ich sehe. Danke. Danke. Rosa, Rosa, bitte! Don't speak. Ich werde dich retten. Es ist noch nicht zu lange. Baldr, take care of Cereza. Watch over her. See to it, no harm comes to her. When the time comes, our dear sweet child will be the one. One to awaken an heir. Rosa. 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 Rosa! 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 Dieser kleine Bastard. Mama. What was that? A vision of truth. A remembrance of time. Lies. You possess the left eye, do you not? You are an overseer. See the truth. See with the left eye of darkness. Yes. Hold us in. Est. Mechawa. Damn it! No choice when you jump. May you get her. Let's go! Come on! Interessante Dreierkonstellation. Wenn der andere wirklich der Vater von der Bayonette ist, warum kämpft er dann gegen sie? Und der Kleine Und der Kleine hat angeblich die Mutter von Bayonetta gekillt. Und deswegen will der Vater den Kleinen killen. Aber der Kleine wird von seiner Tochter beschützt. Interessant, ne? Also langsam wird's wirklich interessant. Ja, das passt schon. Bin ich jetzt 49.000? Ich hab so das Gefühl bekommen, also ich weiß nicht wieviel Kapitel das hat, ne? Ich hab nämlich das Gefühl, dass wir eigentlich gut durchkommen. Ja, shut up and take my hair los. So. Ich hab keine Ahnung, was ich jeweils brauche, aber... Was ich hab, hab ich. Du 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 du. Let's go! Was bedeutet eigentlich OST oder OST? Original Soundtracks, ne? Also ich weiß schon dem... Ich kenn schon die Verwendung des Begriffs oder was sie sein sollen, aber... Ich weiß halt nicht, ähm, wie das stäblich übersetzt wird. Was ist das? Muss ich die besiegen? Okay, das sieht schon echt geil aus im Hintergrund. Au! No! Oh! 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 Ich will zwar nicht sagen, aber das kann die Switch Game Freak Also tut nicht so, als wenn die Switch daran schuld ist, dass eure Spiele Schüssen erwerben Arachnoide des Feuers Ja, super Geht natürlich direkt los So close Das macht Also Geht her! Geht her! Geht her! Geht her! ja gut kann man mal machen gebackener Gekko ich bin mir den unten im Kopf nicht dran mich zu beweisen wie dich zu beweisen boah starre Tentakel das muss nicht sein das ist wieder okay das sieht schon echt geil aus nice boah Is that all you've got? Get up! Bane! Get up! Get up! Omen! Der hat aber viel ausgehalten. Fuck. What the fuck ist das? Seelenparasite. Resinant. Seelenparasite. 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 Das war simpel. Liebesgrüße von Bayonetta aus ihrer Pistole in dein Gesicht. So, jetzt will ich aber nochmal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ein Leben oder sowas wäre ganz cool. Ich würde zwar sagen, wir sind hier ziemlich nah am Ende, aber das glaube ich nicht. Das war's für mich. Das war's für mich. Mal immer, wenn du bei Bayonetta denkst, jetzt geht's halt so krass zu. Das kann nur das Ende sein. Das sieht jetzt ein bisschen anders aus. Das könnte Gegner aus Majora's Mask sein. Kurier der Unterwelt. Slot. Slot. Nicht Slot, sondern Slot. Au. Klar. Immer. Du kennst mich doch. Nein. Das war's. Mit einem Schuss, mit einem Pistolenschuss. Also da fand ich die Spinne jetzt mit ihren ganzen Minions schwerer. Das... Ich muss mal gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Und da kam ich. Ja, klar. Am Arsch ist Wuster. Ja, das war's. Hallo, ich hab noch P gedrückt. Warum? Ey, leck mich doch. Oh. 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 Ist das all you've got? So close! Ich hab keine Ahnung, was ich da gemacht hab. Warum war das jetzt da? Ich bin jetzt noch lebendvoll. Ja, wenigstens etwas. Warte mal, wo muss ich den jetzt lang? Kannst du mal sehen. Das hat mich jetzt die ganze Zeit komplett verwirrt. Hier lang muss ich. Hat sich fast gelohnt. Ich würde gerne nochmal Ah, da oben ist noch ein Tor zur Hölle. Gefällt mir nur nicht, dass es so weit ist. Würde ich hier und jetzt ins Gras beißen, würde ich mir deine Seele schnappen wie eine ausgehungerte Hyäne. Was ist hierher? Wunderbar von Gaiden! Ja, ich werde mit ihm ganz einfach mal kellen. Wunderbar von Gaiden! Wunderbar von Gaiden! Wunderbar von Gaiden! Oh, muss ich nicht sagen aber. Eroding it up. Ich habe das Gefühl, dass das eigentlich ein riesiger Ladebildschirm ist. Riese den aber nicht. Ich habe den们. Chang'n Alexander즈. Ich habe den Ball. Ich habe den Ball. So close Get up Get up Get up Get up And so is my target by the looks of John, there she is Hold up You're not seriously thinking of getting between a man aus unversehrt ich dachte die kämpfen jetzt alter Rodin ich hätte nicht gedacht dass der so abgeht ja klar aber immerhin kommen wir vorwärts übel mübel ich muss auf jeden Fall noch mal Items kaufen es ist so nervig will eigentlich was essen aber sonst verpasse ich alles wenn ich kurz gehe die Frage ist wie lange ich meine wir können eine kurze Pause machen wir können eine kurze Pause machen vielleicht kannst du dir auch was holen ich muss auf jeden Fall Vielen Dank. 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 Ja, warten wir mal, bis der Justin wieder da ist. Die Aufnahme kann ich eigentlich...